Die Tagesschau hat mich gepostet. Ja. Einfach die Tagesschau! Die haben mein Video verwendet und es gepostet. Lol. Ich hätt ganz Deutschland gesehen. Angela Merkel ist immer mit Schmecken. Was? Aber Tagesschau ist ehrenlos. Die posten mich und machen Fave auf meinen Nacken. Problem. Die haben mich nicht mal markiert. Wie soll mich sonst Angela Merkel kennenlernen? Was? Und deswegen Tagesschau. Guck meine News, bevor ich die Nachrichten des Tagesschau. Checkt hier meine Tagesschau. Jungen, halt die Fresse. Action. Nein, nein, stopp. Wo ist der Gong? Jungen, wir haben keinen. Fang einfach an. Nein, wir brauchen den Gong. Wir sind live. Och, Junge. Junge, willst du mich komplett ver- Action! Ja, okay, mach jetzt die Mucke aus. Dortavors geht es zu lang. Guten Tag meine Damen und Herren, ich- Na ja, ihr wisst schon Bescheid. Ja, hallo, ja. Kommen wir nun zum Wetter, also die- Junge, mach mal langsamer. Hier siehst du aus wie ein internationaler Lesewettbewerbmeister. Nun kommen wir zu den Es- 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 Was? Emissionen. Ach so, Emissionen. Was ist das? Mein Gott, Alter. Oh, ne man, wird mir ein bisschen zu warm hier. Eey, du kannst dich nicht einfach ausziehen! Das machst ich gerade- Dich ausziehen. Kann ich wohl doch, ne? Die COCK-Steuer in der deutschen... ...Korkensteuer! Dann nicht. Junge, wir sind live! Ach stimmt, meine Füße zeig ich ja nicht kostenlos! Gestern um 0.30 Uhr wurde eine Bank ausgeraubt. Bro, wir leben in 2022 und wir haben immer noch keine Überwachungskameras in HD! Was soll der Scheiß? So ne Grütze! Und jetzt leiten wir weiter zu Günther. Auf jeden Fall wollte ich...